Ahoi meine Seemannskollegen und Seedamen. Ich bin heute ein Kapitän in Notruf Hamburg auf dem großen Containerschiff. Und meine Challenge ist es hier heute 24 Stunden zu überleben. Ich habe hier schon die Bombe am Start und Luki Luki, wir haben es jetzt 13.50 Uhr. Das heißt in 24 Stunden endet die Challenge. Und ich möchte hier jetzt solange es geht überleben. Bin dann dabei natürlich kriminell. Das bedeutet, ich werde jetzt erstmal meine ganze Runde hier wieder nach unten gehen. Und wir können uns das Schiff heute mal in Ruhe anschauen. Ich habe schon ganz viele 24 Stunden Videos gemacht. 24 Stunden im Jubiläum überleben, 24 Stunden in der Bank überleben, 24 Stunden in der Ostdeutsch-Teilstadt überleben und so weiter. Aber irgendwie bin ich nicht auf die Idee gekommen, 24 Stunden auf dem Schiff zu überleben als Kapitän. Ahoi! Ahoi! Und das machen wir jetzt heute mal. Dafür platziere ich hier die Bombe. Und übrigens habe ich das auch mir nicht selber überlegt. Ich habe dafür einen Kommentar bekommen, den suche ich gleich nochmal raus. Habe ich gerade vergessen, wer das kommentiert hat. Aber ich suche es gleich nochmal raus und ich blende dich ein. Wenn du also auch eine coole Video-Idee hast, schreib es in die Kommentare und ich setze das Ganze um. Und dann blende ich dich sogar als Kommentar ein. Jetzt sammle ich das Ganze hier mal ein. Habe aber nur eine G36 mir vorher beim Dealer geholt ohne Bombe. Deswegen behalte ich diese Machete, die ich jetzt. Gut, dass ich hier Red Bull kriege, weil ich habe nicht mehr so viel. Ich glaube, ich habe gar kein Red Bull mehr. Also alles chillig, alles gut. Und ich muss jetzt 24 Stunden überleben. Ich habe keinen Bock drauf, dass ich von der Polizei erledigt werde. Deswegen laufen wir einfach mal hier hinten lang. Ich habe jetzt sechs Red Bulls. Sehr nice. So, ich nehme schon mal den Red Bull in der Hand. Oh, den Container könnte man Theo praktisch ausrauben. Dann machen wir das gleich auf jeden Fall. Dann fahre ich gleich nochmal zum Dealer. Aber jetzt renne ich erstmal hier vorne hin. Oh, da kommt jemand angefahren. Wer bist du? Wer oder was bist du? Bist du ein Polizist? Das sind zwei Leute. Oh, ich verstecke mich hier mal. Hoffentlich sehen die mich nicht. Wenn das auch Crimes sind, bediene ich mich da einfach. Okay. Die platzieren da die Bombe. Jo, 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 jo. Ich bediene mich einfach mit bei denen. Die Teamen. Die sind richtig smart, die Team. Einer ist Sanitäter. Und einer ist Crime. Jetzt komme ich hier und gönne mir auch einfach was. Digga. Ha. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ich gönne mir was. Ja, du kannst mich ruhig hauen. Kannst mich ruhig hauen. In der Zeit sammle ich hier schön was auf. Oh, er hat mich gleich. Er hat mich gleich. Digga, er hat mich gleich. Oh mein Gott. Er hat mich gleich tot. Er hat mich gleich tot. Alter. Er ist jetzt angefressen. Er ist jetzt angefressen. Ich habe mich richtig schön bei ihm bedient. Ich habe mich richtig schön bei ihm bedient. Ich habe mir schön Geld abgezogen. Ja, Kollege, ich habe schön Geld abgezogen. Was willst du machen? So, er ist da noch drinnen. Er will ja die Beute haben. Die rennen. He, he. Abgezogen. Abgezogen. Lalalala. Der Container ist zu, oder? Ja, der Container ist zu. Gut, die hauen ab. Und ich haue auch ab. Der Container ist jetzt ja eh gerade zu. Dann hole ich mir mal eben kurz eine Bombe. So, wir sind hier jetzt beim Dealer. Das gelbe Auto dahinten ist in den Unfall verwickelt worden. Also, nicht unser Problem. Ich hole mir zwei Bomben. Und ich hole mir sogar nochmal eine Sniper. He, he. Damit können wir richtig Stress machen. Schnell wieder ins Auto und wegfahren. Da ist das gelbe Auto. Ah, die sind stuck auf dem Schien. Und der ist offline gegangen. Ha. Digga, die haben echt eine schlechte, ja, eine schlechte, einen schlechten Raubzug gemacht, würde ich mal sagen. Wir sind hier wieder am Start. Ach ja, die ganze Videoidee kommt von User. Der hat leider keinen vernünftigen Benutzernamen. Er hat geschrieben, eine Idee fürs Video. Ihr könnt mal 24 Stunden beim Schiff Crime sein. Und das mache ich jetzt. Oha, Freunde. Es wird hell und der Container kann ausgeraubt werden. Sehr korrekt. Sehr korrekt, sehr korrekt zur Kenntnis. Sehr korrekt. Und boom, 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 boom. Direkt hinten reingehen, damit wir sehen, also damit wir früher wieder draußen sind. So, am Anfang sind die Polizisten ja noch nicht da. So. Es ist schlauer am Anfang tiefer reinzugehen als später beim Raub, würde ich damit sagen. Also schnell die Sachen einsammeln. Let's go. Let's go. Wir sind einfach schon so lange hier. Ich muss gleich mal auf die Uhr gucken. Wir haben die 24 Stunden gleich voll und es sind schon so viele Sachen passiert. Aber ich will auch noch mal einen Kampf gegen den Polizisten erleben. Darum habe ich gerade auch noch mal einen Notruf gemacht. Wir haben jetzt sofort 5 Uhr. Ich habe in den Notruf... Da ist einer. Oh mein Gott. Da ist einer. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich ergebe mich hier gar nicht. Ich ergebe mich hier gar nicht. Das war ein Prank, bro. Das war ein Prank, bro. Oh, oh. Miss, miss, miss. Er will mich abknallen. Er will mich abknallen. Oh mein Gott. Nach, 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 nach. Oh, oh, oh. Jetzt geht es ab. Jetzt geht es ab. Jetzt geht es ab. Okay. Ich esse einen Keks. Ich esse einen Keks. Und ich trinke einen Red Bull. Red Bull, 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 Red Bull. Ja, ja, ja. Und ich esse einen Keks. Sehr wichtig. Sehr richtig. Sehr wichtig. Sehr richtig. So. Nicht vergessen. Mittwochs und Samstags bin ich live. So, ich bin jetzt hier oben. Let's go. Let's go. So, Sniper rausholen. Wo bist du, Bro? Wo bist du, Bro? Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du, Bro? Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ab geht die Party und die Party geht ab. Oh, da kommt er. Das heißt, er müsste gleich von hier kommen. Warum hätte ich den nicht, Bro? Bro. Digga, er hittet mich, aber ich ihn nicht. Was ist das für eine Verarsche? Schnellen Cookie essen. Oh, da ist er, 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 da ist er. Oh, wilde Geschichte. Wilde Geschichte. Wilde Geschichte. Da ist er, da ist er, da ist er. Er will hochspringen, er will hochspringen. Da ist er. Da ist er, komm. Ist er down? Ist er down? Ja, er ist down, er ist down, er ist down, er ist down, er ist down. Ja, Officer am Boden, Officer am Boden und Captain on top. Captain Abog. Ahoi, 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 Brause. Ähm, ja. Digga, den haben wir hochgenommen und der andere Polizist, wo ist der, wo ist sein Komplizist, wo ist sein Komplizist abgehauen? Das Polizeiauto steht da noch. Oh, jetzt löse ich den Großeinsatz aus, Freunde. Jetzt löse ich den Einsatz aus, worauf wir das ganze Video gewartet haben. Oh, da kommen seine Täter. Oh, Krise. Krise, Bruder. Krise. Walla Krise. So, wir gehen nach unten. Ist der offline gegangen? Oh, der ist offline gegangen. Aha, chillig, dann kann er ja nicht wiederbelebt werden. So, ich habe keine Energie mehr. Ich gehe ganz vorsichtig. Da ist ein Polizist. Da ist ein Polizist. So, boom. Er ist da und ich habe dich gesnipert. Let's go. So, Energy trinken. Oh, 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 oh. Ich will jetzt auch noch den grünen Container hochnehmen. Ich habe den gelben gerade schon genocht und jetzt kann ich den so richtig eins, richtig auf die Nase rumtanzen, wenn ich auch noch den grünen hochnehme. Sehr lustig, sehr lustig. Bombe nehmen. Let's go. So. So, und schnell ganz tief rein, damit ich auf jeden Fall sehen, wenn die wiederkommen. So, und ich darf keine Energie verschwenden. Ich darf keine Energie verschwenden. Ich darf keine Energie verschwenden. Keine Energie verschwenden. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Jetzt geht's ab. Ab geht die Party und die Party geht ab. So, OMG. Ey, hier sind Polizisten an Bord und ich raube einfach aus, Digga, denn ich werde 24 Stunden hier überleben. So sieht's aus. So, und das hier ist eine Waffe, die habe ich wahrscheinlich schon. Dann kriege ich nochmal neue Munition. Sehr gut. So. Oh. Ne, die Waffe hatte ich noch gar nicht. 8 Uhr. Ich muss noch ein paar Minuten überleben. So. Jetzt muss ich mich strategisch platzieren. So, einmal Leiter hinmachen. Oh, oh. Oh, da ist der Polizist. So, Snipern, Digga. Zack. Gehittet, 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 gehittet. Kollege, Kollege, Kollege. Ich stehe hier offen rum. Ich stehe offen rum. Ich kann nicht in Deckung gehen. Ich kann nicht in Deckung gehen. Okay. Oh, ich kann hier wirklich nicht in Deckung gehen. Alter. Ich bin voll gefährlich hier. Voll gefährlich. Ich dachte, hinter mir ist eine Ecke. Ich kann hier gar nicht in Deckung gehen. Okay, okay. Ey, das ist echt schlecht für mich. Ich kann hier gar nicht in Deckung gehen. So, erstmal wieder einen Red Bull dringen. Oh, oh. Oh, da ist der nächste Polizist. Kann ich den von hier Snipern? Oh, das wäre, das wäre kriminell. Das wäre richtig kriminell. Wenn er hier, wenn ich den von hier aus Snipern könnte. Ja, ich habe den gehittet. OMG, ich habe den einfach gehittet. Ich habe den einfach von hier gehittet. Alter, wie wild. Wie wild. Ich muss aber auch aufpassen. OMG, nachladen, nachladen. Null Schuss noch. Oh, da ist der nächste Polizist. Oh, jetzt geht's ab. Da ist ein Polizist. Da ist ein Polizist. Oh, hier ist auch ein Sani Mist. Er ist down, er ist down, er ist down. Nachladen, 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 nachladen. Nachladen, nachladen. Das ist wahrscheinlich ein Fan. Würdest du mich vorn... Und abknallen, hit. Den habe ich gehittet. Ja, jetzt rennt er in sein Auto. Jetzt rennt er in sein Auto. Okay, okay. Hit. Und der ist down, der ist down, der ist down, der ist down, der ist down. Das ist in diesem Polizist. Und... Mist, oh, oh, er knallt mich ab, er knallt mich ab, er knallt mich ab. Er knallt mich ab. Und... Nein. Nein! Nein! Mann! Ey! Ey, Sanitäter! Los, komm her und heil mich. Oh, ich hoffe, dass die Polizisten mich von hier nicht arresten können. Das ist ja so geil. Los, Sanitäter! Ey, der Sanitäter läuft weg! Komm her, Sanitäter! Sanitäter, du warst doch grad bei mir! Ja, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Nein, hier ist der Polizist! Nein! Ey! Ey! Aber ich hab mehrere Polizisten down gemacht. Ich hab vergessen zu zählen, wie viele das waren. Und er heißt Portugal. Ehre, grüß den raus an den Sanitäter Portugal. Nein! Ich wurde verhaftet! Ey, ich bin Captain! Ey, ich bin Captain! Lass mich frei! Er schreibt Nee! Da hab ich nur eine Antwort drauf. Und zwar Captain! Mit Patent ABC und die 6 7 hab ich geschrieben. 5K und ich lass dich 7K und ich lass dich frei. Okay, machen wir so. Machen wir so. Okay, 7K. 5K will der haben. Machen wir so. Machen wir so. Dann will ich mal schauen. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Dann aber hier. So, er fährt mich jetzt weg. Was soll das? So, er nimmt mich jetzt hier. Boah, er wird so das bereuen. Er wird das so bereuen. Ich gehe, tu jetzt so hier und jetzt muss ich meinen Punkt überlegen. Meine Strategie. Nehme ich die Sniper? Ich nehme die G36. So. Nein! Meine Fremd! Mist! Mist! Prank! Das war ein Prank! Es war ein Prank! Ich hab ihn nur reingelegt! Das war nur ein Prank! 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 Das war nur ein Spass! Oh, ernst! Das war nur... Das war nur Spass! Du wirst sehen! Das war nur ein Spass! War nur ein Spass! War nur ein Spass! Mann ey! Ich bin doch Kapitän! Oh! Ich bin keine Landratte! Oh Mann Freunde! Der Tag ist vorbei! Es ist 13.10 Uhr! Noch 40 Sekunden und der Tag ist vorbei! Und ich werde jetzt die restlichen Jahre meines Lebens hier im Gefängnis verbringen! Oh Mann ey! Dafür müsst ihr jetzt alle ein Abo dalassen und euch das Video hier auf der rechten Seite anschauen! Ey! Bis dann! Und ciao!